Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cooking Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir verlieren hier immer mehr Kundschaft. Viele essen gegen letzte Folge nicht raus, habe ich zeitlich nicht hinbekommen, weil wir auch so viele neue Gerichte haben. Meine Küche sieht immer schlimmer aus. Und zum ersten Mal muss ich hier Scherben wegräumen, das muss ich auch noch nie. So, und bin gerade noch in der Cleaning Phase und gleich beginnt der nächste Tag. Ähm, ich müsste da viel vorbereiten, ähm, aber du weißt nie, welche Essen kommen. Das ist das Problem und du weißt nie, was ist das denn hier? Warum liegt das denn hier auch hier rum? Das steht ja schon die ganze Zeit, ich hab's nie, ah, ich hab's nie vergessen, ich depp. Gut, und du weißt ja nie, welche Essen kommen und was du vorbereiten sollst, was echt tricky an dem Spiel ist. Aber du kannst halt viel vorbereiten und darfst auch alte Essen rausgeben, da schimpft das Spiel nämlich gar nicht. Wir machen schon mal Kartoffeln und zwar doppelte Ladung. Wichtig ist für mich jetzt aufzupassen, hier ist noch einmal Borscht, hier ist noch nicht mehr ganz so gute Tomatensuppe, die gibt aber noch eine gute Wertung und einen Topf Wasser, den ich einfach so hier habe, okay. Der kann mal weg. Stellen wir den da unten hin, ne, wo er hingehört. Genauso wie dich, du störst nämlich. Ich hab in der letzten Folge hier Kaffee stehen gehabt, ne. Das Spiel ist wirklich so realistisch stressig, dass ich nicht geschafft hab, einen Schluck von diesem Kaffee zu trinken. Also ich freu mich auf die Vollvision und das wird aber echt tricky. Hier ist nochmal ein Fleisch, ich weiß doch nicht, wie ich das machen soll. Also ich werd's voll verkacken am nächsten Tag. Und dann werden wir pleite gehen, ne. Dann werden wir ein bisschen mal, boah, wann hab ich denn so derbe Miese gemacht? Äh, ja gut, wir haben repariert und sowas alles auch, ne. Ähm, Tag zwölf. Bis hierhin hab ich's geschafft, ist das schon fast Survival-Titel im Real Life hier. Ähm, ich hab richtig Angst vor den Tag heute, ne. In einer Stunde ist Business zu öffnen und wir könnten jetzt vorbereiten. Wie gesagt, wir machen gerade die Kartoffeln, darf ich nicht vergessen. Das ist so schön stressfrei in dem Moment. Und du darfst auch, ich darf nicht am Monitor gehen, das ist das Doofe, ne. Äh, nein, ich hab geskippt, ich depp. Ich hab geskippt. Nein! Ich wollte doch gucken, ob ich an Rezepte rankomme. Auch wie dumm. Ja gut, da kommt schon das erste Essen. Ja, yippie. Wasser im Top. Scheiße. Warum skippe ich denn, ey? Mann. Äh, Spice, Liquids, Utensilien, Produkte, Nudeln. Penne. Warte mal, da gibt's andere, ne. Das war nicht die Penne. Das war nicht die Penne. Die Penner. Er hat Water, Salz, Fusili. Fusili, okay, Fusili 160 Gramm. Fusili. Da. Musst du auch noch aufpassen, wenn du die richtigen Nudeln nimmst, ey. Gut, dann. Erstmal stelle ich die hier hin, nimm mir den Topf. Liter Wasser. Ich hoffe, da bleibt erstmal nur ein Essen. Zwei sind einmal so heftig. Hupser. Ein, ein Essen ist ja schön, aber zwei sind scheiße. So, im Wasser, Salz, logisch, zwei, fünf Gramm nur. So, ich hab versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ich werd's nicht schaffen. Nur fünf Gramm Salz. Dann kochen wir die Nudeln gleich. Ich werf das schon mal hier drauf. So, 45 Sekunden nur. Muss ich mich nicht an die Gartemperaturen halten? Garlic, 40 Gramm. So, jetzt kommt's. Jetzt wird richtig schwer. Garlic ist ja hier, ähm, Dings hier, Knoblauch. Und ich soll 40 Gramm in fünf Bits, fünf, fünfer, also 40 Gramm, ernsthaft? Das sind ja vier Stück. In fünf Gramm Stücken machen. So, da wird's mir mit der Soße so ein bisschen trickier. Ich weiß, ich hab ein Schneidebrett, aber ich hau sie einfach mal hier hin. Also eine wie ich zehn, dann muss ich ja nur halbieren. Was machst du denn jetzt? Ist ja einfach, ne? Add it to a pan. Olivenöl, 40 Milliliter. Wenn nur ein Essen jetzt kommt, ist alles safe, Leute. Krieg ich das Essen auf jeden Fall hin. Unser reparierter Herd. 40 Milliliter Olivenöl. Ich find das total viel. Ich find das richtig viel. 30 Sekunden. Add it to the pan. Reserved. 40 Milliliter Wasser. Wie denn? Wie willst du das Spiel? Das ist Butter? Ich hab Butter genommen. Ich depp. Da sind Oliven drauf. Das erkennt man ja wohl ganz grob. Nein. Ach gut, das haben wir noch da. Lassen wir eine Warteschlange? Ich will heute keine Kunden verlieren. Er stellt sich auf den Herd. Und das macht nicht heiß. Kartoffeln. Mist, ey. So eine Scheiße. Mann, ey. Ich mach das Spiel nicht mehr. Ehrlich, ey. Das ist zu viel Stress. Ohne Witz. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Jetzt hast du dann doch Bugs dazwischen. Dann ist es noch schlimmer. Oh, das ist ja echt Hardcore. Warum mach ich denn die Kartoffeln überhaupt? Die haben doch nichts damit zu tun. Das ist wahrscheinlich ein Blödsinn. Das ist doch für die kacken Nudeln. Oh. Die haben sich extrem schwer zubereiten lassen. Gut. Hier ist nochmal Wasser. Was plane ich da? Ah, Olivenöl wird heiß. Gott sei Dank. Was war das denn jetzt schon wieder für einen Fick? Jetzt hat da wieder was auf den Boden geworfen. Keine hektischen Bewegungen in der Küche, ja? Jetzt ist sie wieder fertig. Da liegt auch. Das kommt als in so eine Kasserrolle. Das sind diese hier. Boah, ich bin so angespannt in dem Spiel. 160 Gramm. Musst du auch so ein Mengenverhältnis hinkriegen, ne? 168. Oh, was war das mit dem Wasser? Ich schneide das mit dem Wasser einfach nicht. Ich habe ja gestern schon mal versucht, oder vorgestern, die mal anzubraten. Garlic into the bits. Added pan. Blah, blah, blah. Fry for 30 Sekunden. Added to the pan. Wasser. Ich hätte die da drin lassen sollen. Es ist egal. Ja, ich weiß. Noch in Essen reingekommen. 10 Milliliter Wasser? Ernsthaft? Wie soll ich das denn abrechnen? Und dann? Ach, was weiß ich, Alter. So gut kann ich einfach kein Englisch. Mann! Ich gleich kriege einen Wutanfall. Einen ganz schlimmen, Alter. So. Das ist doch kein Essen. Das ist doch Scheiße, was ich hier mache. Ich hätte dann auch noch lange warten müssen. Was hat denn halbwegs so schmeckt? Guck, ich mache nur noch Minus. Ich mache nur noch Minus. Also, das war's. Ich habe es bis zum Tag 12 geschafft. Das war's. So, jetzt checke ich gar nichts mehr gerade. Ich bin total raus. Eine davon. Kocht ja die ganze Ewigkeiten schon hier rum. Vorsicht her. Eine Superhammer noch. Ich hoffe, sauber. Das wäre nichts für mich hier. Ehrlich. So ein Leben. Also, wenn man das nicht so kann. Also, wenn man ja lange kocht, dann weiß man das ja. Wie das geht. Das tut so gut, ne? Wenn man was schmeckt den Leuten. Und es auch Punkte wieder gibt. Wir verlieren bald einen Stern. 133, was war das andere Essen jetzt? Was ist das denn? Oh, jammer. Das ist doch Water 1000 Milliliter. Habe ich das nicht sogar vorbereitet? Tatsächlich. Salz 5 Gramm. Salz 5 Gramm. Salz 5 Gramm. Penne. Nein. Salz 5 Gramm. Weg. Weg. Okay. So. Jetzt backt das Spiel auch noch mega. Penne. 150 Gramm. Boah. Okay. Nochmal 1000 Milliliter Brokkoli. Boah, ist das gemein, ne? So neue Rezepte sind super schwer dann. Da kommt rein auch 5 Gramm Salz. Was war denn die Penner denn? Da sind wir gleich fertig. Salz und da kommt 150 Gramm Brokkoli rein. Das ist doch 3 Stück. Ja gut, ist ja nicht für jeden Einzelnen. Ist egal. Was ich mehr nehmen kann, ne? 2. Die Penner sind fertig. 3. Ja. Herdtopf aus. Äh, da ist eine Katerrolle. Ich bin gleich pleite, weil ich nicht mein eigenes Material nehme. 150 Gramm. 1. 9. 10. So. Das sind noch nicht 150 Gramm. Komm aber nicht dran an die Nudeln. Scheiße. Boah, hab ich ein Glück, ey. Das war nur Lack. Was wollen wir denn machen? Clarifield Butter. Cut Onion 120 Gramm. Oh, hab ich gelesen. Wie denn? Cut Onion 120 Gramm in 10 Gramm. Ich hab doch keine Ahnung, wie groß ein 10 Gramm Stück ist, Mann. Oh, hier, wir werden pleite gehen. Wie viele Tage wir es schaffen. Ähm. Into Dice. Cravely Fried Butter. 30 Gramm. 30 war das. Millie Kackglitter. So. Morgen kommt keine Folge, weil ich auf Leergang bin. Also die wundern. Butter. Oh, oh, oh. Boah, Sturm gerade von der Möhre. lecker safe rosmarin 25 also ich muss das erstmal braten zweifel 30 sekunden was alter wie das jetzt schaffen onion rosmarin marie zweig das ist das sind gerade 30 gramm oder einer okay und dann halt 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 naja fick dich doch spiel da muss unbedingt noch mechanische lösung geben hier geht damit schnell frei add it to the pan so clean das kann man gar nicht zeit nicht das geht nicht da brauchst du drei stunden für wer stolz wenn es ihm schmecken würde das ist noch im angebot ne saw cream 40 gramm absolut ich bin absolut gerade überfordert ohne witz saw cream brokkoli und salz drei gaben schwarzer pfeffer salz drei gramm hier ist eine art soße ne 15 sekunden braten und dann geht's raus aber dass das das soll ich das noch auf noch mal angebraten und das kommt dann da drauf man ich hasse es und das ist eigentlich das fertige essen oder ich habe ich will es nicht mehr ich werfe es jetzt raus wir haben so viel noch in der warteschlange was ich unmöglich schaffen kann also ich muss die gerichte erst üben 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 das geht im story modus hier ja überhaupt nicht was geschmeckt hat gar nichts machen minus leute wir machen minus dann habe ich jetzt noch zwei essen canceln canceln mache ich nicht mehr schaffe ich auch nicht mehr doch das schaffe ich noch eine mache ich einfach nicht mehr ich gebe auf zwei drei 56 das lege ich mal hier hin auch eine pfanne 71 milliliter war da drin was denn so ich schaffe das einfach nicht das ist nicht machbar 30 stelle war doch und nee das war nicht richtig butter wo ist sie hingekommen das war doch richtig dasselbe dazu kommen zitronenscheiben und zwar 20 gramm teile alles klar egal was ich vorbereite es ist am ende kommt was anderes 18 21 28 13 da muss man leben das arschloch so die butter wird heiß warte wie viele kartoffeln liegen denn hier ich würde sich pleite gehen also eine essen da das ist jetzt das ist so heftig aufwendig jetzt sweet by pepper blablabla da muss ich das abschneiden du hast so kurze zeiten oder ich will nicht aufgeben und das muss gegrillt werden ich weiß nicht was das ist was wir hier zu schneiden 144 das ist viel zu groß es ist immer gewürzt also ich weiß nicht mit dem vorbereiten und so ich schaffe das hier nicht es geht einfach nicht 10 gramm salz 10 gramm pfeffer ich will nicht aufgeben ich will es schaffen ja die place cancel ja das macht das spiel jetzt war noch gar nicht zeitig toll aber es ist ja nicht schlecht was haben wir denn jetzt in der warteschlange pommes steak with fries das eine mache ich schaffe ich nicht ehrlich das ist jetzt zeitlich nicht drin ich kriege das einfach nicht hin steak with fries das ist eine sache die ich heute hinkriegen will vier gramm salz das war salz ne ja salz vier gramm pfeffer warum ist denn pfeffer hingestellt man boah ich kann nicht mehr ich bin am arsch hier liegt überall was rum ich habe den pfeffer verbummelt ich habe ihn doch gerade benutzt 4 gramm pfeffer ich habe sofort einen neuen kaufen gedacht hä ist er runtergefallen fick dich doch spiel alter fick dich weißt du wie teuer das jetzt war weil ich es verbummel ich weiß nicht wo es hin ist sonst ja auch eine plate sehr wie heiß steht denn da frei brate ja pommes 300 gramm pommes into sticks da steht nichts mit kochen ja das ist das schrott alles boah ey das immer alles nimmt ey wenn man daneben mini mikro mini mal klickt das bringt mich voll aus dem konzept dass du dass die sollte abbrechen hier ihre bestellung da was versucht es geht sogar hat das fest. Ja, toll. Soll ich die anderen nochmal durchschneiden? Drehen und wenden und tun, das ist doch sehr zöckig. Schöne Pommes machen. Fick, ey. Das geht gerade einfach gar nicht. Es geht alles schief. Das sind keine Pommes, das sind Wedges. Ja, das lassen wir ja gerade liegen. Das tut mir echt leid, ey. Das ist einfach zu viel. Das Essen, also da sind ja ein paar Essen mittlerweile dabei, die mich richtig fertig machen. Der Kartoffelsalat und so. Muss ich das nicht würzen? Deep Fry vor 30 Sekunden. Oh nein, Nein, frying basket. Das muss ja noch in der Fritteuse. Und ich habe diesen Korb noch gar nicht gekauft. Das habe ich ja noch nie gemacht. Warte, vielleicht schaffen wir das ja noch. Wieder 35 Dollar weniger. Kann ich das nicht so hinlegen. Warum schüttet der denn? Woha. Ist das Spiel dumm? Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Das merkt doch schon, dass ich da Essen nicht raushau. Dass es dann jetzt noch mehr gibt. Noch mehr Aufgaben. Das Steak ist angebrannt. Okay. Ich breche jetzt hier ab. Ich kann nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Bis zur nächsten Folge. Wir spielen ein bisschen entspannter. Kann ich nicht mehr. Also das ist ja krank. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt mal ohne Witz. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Vielen Dank.